Also für alle diejenigen, die einen Anker suchen und einen Anker werfen wollen, die können sich hier einen Anker abholen. Direkt ab Playa de Los Tubos. Los Tubos. Das ist ein wunderschöner Strand mit türkisblauem Wasser und einer ganz schwachen Brandung. Ganz langgezogen, weißer, heller Sand, aber auf dem Schild steht, dass Schwimmen nicht erlaubt ist. Warum kann ich nicht genau sagen. Es sieht hier nicht aus, als ob es hier eine heftige Strömung gibt. Vielleicht wegen der Riffe im Wasser, dass die geschützt werden. Hier befinden sich ein paar Schnorchler im Wasser mit Taucherbrille und Flossen. Und das ist wohlig heiß und wir würden am liebsten ins Wasser springen. Aber da das hier nicht erlaubt ist, fahren wir einen Strand weiter und gehen dann dort nochmal baden. Also ich bin der Riffe im Wasser in die Wind. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön.